Namaste. Herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube Kanal Think India. Ich bin Spandi. Heute in der Think India Küche machen wir ein sehr beliebtes Getränk Mango Lassi. Lassis gehören zu den exotischen Yoghurtdrinks, die auch in der westlichen Welt sehr beliebt sind. Eine davon ist Mango Lassi. Weißt ihr, allein in Indien werden 1500 Mangosorten angebaut. Mango ist der König der Früchte. Sei es zum würzigen Curry oder als zur Erfrischung für zwischendurch, schmeckt Mango Lassi immer lecker. Man kann mit wenigen Zutaten einfach zu Hause zubereiten. Wir brauchen zwei reife Mangos gewürfelt, 125 Milliliter Joghurt, 60 Milliliter Sahne, zwei Kardamom geschält, zwei Esslöffel Zucker, vier bis fünf gehackte Mandeln. Mangos, Joghurt, Sahne, Zucker und Kardamom. In einen Mixer geben und auf höchster Stufe fein pürieren. In einem Glas geben, mit Mandel garnieren und servieren. So, allererste Regel bezüglich Mango. Die Mango muss sehr reif sein. Bitte verwendet keine unreifen Früchte für die Herstellung von Lassi. Klar, reife Mangos sind sehr schwer zu finden. Ihr könnt immer Mango Püree aus der Dose verwenden. Und pass auf, ob die gezuckert ist. Zucker kann immer nach Geschmack angepasst werden. Ich verlinke unten in der Infobox, wo ihr eine Dose kaufen könnt. So, zweite Regel. Der richtige Joghurt. Ich empfehle, dass ihr einen fetten Joghurt nehmt, wie griechischer Joghurt. So, wie einfach war das. Das fettgehalt in Mango Lassi mildert die Schäfe des indischen Essens. Deshalb wird Mango Lassi als Getränk in indischen Restaurants serviert. Probiert doch mal aus und schreibt mir unten in die Kommentare, wie euer Mango Lassi geworden hat. Wenn euch das Rezept gefallen hat, bitte liken und teilt mit euren Freunden und bitte abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr keine Updates verpasst. Ich bedanke mich für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Namaste.